Hallo Minecraft Freunde und weiter geht's im Feed the Beast at Grand Skies The Quest und wir wollten genau The Quest nämlich mal schauen was wir an den Quests noch machen können. Moment ich will mal gerade schauen 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 da genau da wollte man gucken rednet energiekabel gut schauen wir doch mal das heißt wir gucken mal red Bindestrich net war das ne rednet auch nicht habe ich das okay genau das hier wollen wir haben dazu brauchen wir gold nuggets redstone und ein rednet kabel wie machen wir ein rednet kabel so viel redstone alter schwede gut schauen wir mal dann können wir nämlich die nächste quest auch abschließen so erstmal brauchen wir das genau dann schmeißen wir das rein dann brauchen wir das okay gold nagels fehlen uns elektrumbarren da gibt es dann gleich sechs stück von moment so das ist letztendlich billiger würde ich sagen so da haben wir das dann genau jetzt müssen wir gucken was wollen wir haben kolleginari generator da kann man essen verbrauchen redstone generator da kann man redstone verbrauchen denke ich mal Temporal Furnace ich halte sie alle drei weil ich habe sie alle im single player getestet und sie sind alle drei eigentlich nur ressourcen fressend nicht wirklich brauchbar daher ist es egal weil ich werde nämlich keinen davon verwenden es sind nämlich alle drei nützlos so jetzt wollen wir erstmal gucken ob wir schon wieder ein herz zusammen kriegen nein nicht wirklich gut dann machen wir mal die tasche auf und schauen mal was drin ist juniper sapling okay das kenne ich nicht da gucken wir mal hinten also das schaut aus wie ein kleiner baum oder so ne würde ich sagen ich probiere es mal auf die wiese zu setzen und einer von meinen beiden freunden hier müsste noch knochen bei sich haben ähm du nicht matilda genau wusste ich doch so dann gucken wir mal du sollst das doch so ein busch ist das ok ich habe noch keine ahnung was das wirklich soll so abfahren kann man es nicht müsste ich wahrscheinlich abbauen ähm wisst du was das machen wir auch mal ich will mal gucken was da rauskommt ok da kommt nichts aus gut denn ich setze den busch noch mal neu ich setze den busch noch mal neu da kann er von selber dann noch mal auswachsen ok und den rest tun wir hier da in die truhen rein das ist ein busch ich würde ich glaube ich mache ihn besser zu den bäumen so genau dann schauen wir mal was wir da noch erledigen können äh was ist das denn redstone flux kompensator äh ender thermik pump äh portion plus also das ist kein problem da weiß ich wie das gemacht wird gehen wir mal nach vorne dann machen wir uns erstmal so eine glasflasche das heißt ne ich habe gerade noch ich habe da noch ähm dieses teil da drin weil ich mir so ein so ein master orb noch machen will das heißt ähm diese quest muss dann leider erstmal noch warten weil ich möchte schon das erst da verwandelt haben nur das ding das braucht so viel blut da habe ich schon gesehen irgendwas mit 40.000 und es gehen ja immer nur 10.000 da rein und diese kleinen zombies nerven einfach nur das werden ja alles noch mehr von den kleinen biestern so weil die kann man nämlich nicht opfern die kleinen hier die kann man nicht opfern man kann nur die großen opfern so zack ok also das wird noch lange nicht reichen denke ich das wird noch lange nicht reichen egal was jetzt hier runter kommt gut machen wir aber erstmal weiter beim questbuch ich hatte euch ja versprochen dass ich erstmal da ein questbuch schauen wir uns mal die nächste quest an was wir da noch brauchen also da das ähm wird auch noch nichts das weiß ich schauen wir mal hier weiter da brauchen wir einen ein turbinengehäuse moment nein so nicht so Turbinengehäuse ne dampfturbine Turbinengehäuse da da das Stahlbarren brauchen wir ok das haben wir Cyanitbarren ups das habe ich ja auch nicht ich habe nämlich kein Cyanit ok der bleibt jetzt nur noch herauszufinden wie ich ähm mal gucken wie wir das kriegen ne da müssten wir erst Cyanit in den Pulverisierer machen da müsste ich mal rauskriegen ob das irgendwie anders machbar ist ähm Cyanit weil ich meine ich habe keinen Cyanit und das werde ich wahrscheinlich auch nur im Nether kriegen schauen wir erstmal da rein ne wir haben kein Cyanit wir haben kein Cyanit das ist äh ne das doch nicht das da genau das da brauchen wir gut dann fällt das auch erstmal flach aber da kommen wir auch noch hin da bin ich mir ziemlich sicher das ähm ja gut äh Centered Artificial Artificial ok Hive ok dann schauen wir mal S C E da das da brauchen wir äh das kann man nicht kraften doch ne das ist ja das andere was man daraus machen kann nö also so kriege ich es nicht kein Crafting Rezept das ist äh wie soll ich denn da bitte dann drankommen ach nö das ist doch nein das will ich so ähm gut das muss ich erst noch klären dann schauen wir hier mal weiter das da dann Alchemie das hatte ich auch schon mal geguckt aber äh keine Ahnung keine Ahnung das ist irgendwas mit Alchemie ok aber dieses äh wird mir da irgendwie doch da das da ist es das da ist es gut da ähm das müssten wir eigentlich hinkriegen das müssten wir eigentlich hinkriegen Moment 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 wo war's wo war's wo war's da gut dann einmal das hier was uns fehlen Steine gut holen wir doch schnell Steine daran soll es nicht mangeln äh nein zack wir haben Steine und ich muss schon wieder essen 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 gut meine Fresse wenn es in der realen Welt auch so schnell ginge so dann machen wir das mal so zack und der Rest da rein gut da hätten wir das da rein dann wo ist es kann es sein dass es jedes Mal woanders ist ne nicht wirklich ähm mit Blutorb gut gut den hat äh nein nicht mehr der Theo hat das so und zack dann haben wir das auch ist nur gut dass der Blutorb nicht verbraucht wird so den möchte ich ganz gern beibehalten gut dann Buch aufmachen und dann eins aussuchen also von der Potion Flies ich denke nicht dass das ein Flytrank ist daher nehme ich die Tasche pick one west ach ich muss noch was äh ok weak binding äh binding agent und simple catalyst ok gut schauen wir mal weak binding ah ach ich misste es echt jetzt das heißt wir müssen das irgendwie hinsetzen ich packe das jetzt erstmal da ne kann man doch kann man hinsetzen gut dann muss ich nochmal gucken wie was brauche ich da ich brauche simply catalyst und leben also simply catalyst moment simp simple catalyst das ist das da ähm da brauchen wir redstone zucker äh weiß noch achso das kommt dann da raus da brauchen wir aber eine Menge Zeug also wollen wir erstmal schwarz pulver und moment schwarz pulver ähm dann brauchen wir ähm was war das äh genau glowstone staub glow glowstone staub dann brauchen wir ähm redstone schon wieder redstone redstone ich habe nur so ein bisschen okay äh dann brauchen wir noch zucker war das ne genau zucker war das das kriegen wir ganz schnell dann müssen wir nun mal darüber und kurz ab ernten dann wenn der enderman schon nicht schon wieder alles furcht gemacht hat weil der hat mich hier einiges kaputt gemacht so und ich werde jetzt auch mal ein bisschen was ins me system davon machen falls der enderman hier hinten doch alles abknallt bevor ich das alles äh umgepflanzt habe damit ich ein bisschen was äh in Sicherheit habe und notfalls nachpflanzen kann so das heißt hier zehn stück machen wir auf jeden fall da rein dann sind die schon mal sicher dann kann ich notfalls nachpflanzen gut ähm was ich jetzt brauche ist zucker 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 das machen wir so das haben wir gut dann funktioniert das hier auch so wenn ich das ne das funktioniert nicht mit dem fragezeichen dass man da drauf klickt ok gut das war unten nein nein so nicht so dann links rechts redstone links rechts redstone und oben zucker passiert nix hä nein ach komm schon also links kommt das glowstone so rum so rum ähm das heißt ich brauche erst so eins um 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 so eins zu machen was ne das kann ja gar nicht sein wie bekomme ich denn jetzt oder muss ich da so eine ähm flasche rein tun moment probieren wir das einfach mal aus probieren wir es einfach mal aus probieren wir es einfach mal aus ne da nicht da geht das so nein aber irgendwie muss das doch gehen ähm ich finde das echt ähm ich hatte doch noch so andere flaschen ne die bringen mir nichts was moment mal moment mal moment mal moment mal ich will mal da hinten schauen ich meine ich hätte noch so andere flaschen solche wo ich äh aus diesem entsaft da habe wenn nicht dann müssen wir wisst du was wir machen uns das ist ganz einfach ich habe doch ne den entsaft habe ich glaube ich schon ins ME gebracht dann machen wir das anders wir machen jetzt mit einer flasche Apfelsaft den Apfelsaft den trinken wir wir haben ja auch gerade Hunger so das heißt den ähm Moment habe ich es doch nicht da rein gemacht ich hätte ich hätte schwören können ok nehmen wir erstmal einen Apfel so dann Moment weil ich habe nicht so eine Idee ok äh nein wie heißt denn das Ding Moment ach Juicer genau genau da hätte ich es im Leben nicht finden können ich meine Juicer heißt das ok das ist da nicht drin dann machen wir hier genau dieses Teil da brauchen wir aber ich will erstmal da drin gucken ich meine ich hätte es da irgendwo ich hatte es mit hier rüber genommen das ist die normale Glasflasche egal machen wir 9 das sollte nicht so schwer sein ja ganz simpel äh wieso habe ich das jetzt so ok den chooser zack da fehlt noch was so zack dann haben wir den chooser dann machen wir hier einmal so zack das wieder rein gut dann machen wir die Flasche mal leer ne das funktioniert so nicht ne irgendwie hatte ich das doch gemacht dass ich diese komischen Flaschen da bekam diese anderen äh das ist aber das raffe ich irgendwie nicht da muss man da muss man eine solche Flasche muss man machen um eine solche Flasche zu erhalten oder wie verstehe ich das jetzt äh ne da müssen wir mal gucken wie wir das hinkriegen das funktioniert leider auch nicht noch nicht so oh den hab ich stimmt stimmt den hatte ich ja den hatte ich ja gemacht den hat glaube ich Theo der irgendwo draußen wahrscheinlich unterwegs ist Theo da ist er da backt er in der Treppe ne das ist Matilda da ist Theo da ist er genau das hatten wir da mal irgendwie gebraucht ok dann können wir das eigentlich auch abschließen das war es da blutruhne eigentlich egal weil ich habe hier beides schon so ok das ist erstmal gucken nicht dass es so ein rotten heart ist und dann schauen wir was wir hier rauskriegen farm block getriebe box look für die farm durch das ventil farm control ok da muss ich mir auch schlau machen was das ist das machen wir erstmal hier rein und die Flasche die machen wir da mit bei weil da ist nämlich auch schon eine und ja ich werde das ME System auch noch vergrößern das steht fest das steht fest das werden wir machen was mache ich denn jetzt hier ich wollte eigentlich gucken ach ich habe schon wieder überzogen egal heute gibt es eine durchgängige 30 minütige Folge würde ich sagen ich will es nicht schon wieder mittendrin irgendwo teilen ich verpasse das alles ich muss echt mal den Timer wieder stellen und da muss ich halt rausfinden wie ich das hinkriege dass ich da das erhalte was ich da haben will und machen wir weiter erstmal mit der Quest das heißt heute wird es eine 30 minuten Quest Folge äh Siegel of Green Grove Siegel Siegel ok schauen wir mal Siegel ok wir brauchen einmal das was ach du grüne Neune wir brauchen wir brauchen haufenweise Maschinen dafür Moment mal äh haben wir vielleicht ein bisschen was davon den Ernter haben wir das aber auch schon alles ach du grüne Neune ok fangen wir an fangen wir an das heißt wir brauchen eine Dünge Maschine was haben wir davon alles sehr gut dann brauchen wir Moment halt ich hab doch da ich brauch doch bloß hier drauf klicken was wir alles brauchen so die Dünge Maschine haben wir den Ernter haben wir Pflanzer ok da fehlt irgendwas da fehlt irgendwas da fehlt irgendwas und zwar oben Moment 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 den Pflanzer der Blumentopf fehlt wir haben keine mehr gut dann brauchen wir Lehm echt jetzt da ist kein Leben mehr drin gut dann müssen wir mal dahin und wenn ich es in dieser Folge nicht schaffe dann müssen wir es ein andermal machen weiter machen weil in der nächsten Folge würde ich mich ganz gern also sprich morgen würde ich ganz gern Hubis Zimmer machen so da haben wir Lehm das machen wir jetzt mal so da packen wir das mal darüber dass ich das dann vor Ort habe da würde ich ganz gern Hubis Zimmer ich will nämlich mit dem Haus irgendwann mal fertig werden und wenn wir das Haus dann fertig haben dann können wir nämlich anfangen mit dem Schwimmbad ja ich habe gesehen dass viele sich dafür ausgesprochen haben dass wir da ein Swimming Pool hin machen so so geht voll so passt so dann den Blumentopf wollen wir also Lehm ne Moment mal Moment mal Moment mal wir brauchen wir brauchen wir brauchen dieses hier Ziegel ich suche nach Lehm ist klar da dann geht's weiter jetzt können wir dieses Gerät machen gut dann geht's weiter das heißt wir haben jetzt den Ernter Düngemaschine und Pflanzer das heißt diese drei haben wir da noch ein Ernter Moment mal Ernter Ernter wir brauchen noch einen echt jetzt okay da reicht's nicht ganz das heißt wir brauchen noch sowas hier und ich mache das auch mal da rein so damit ich das aus dem Inventar habe so dann hier weiter so dann brauchen wir noch so eine hier komm machen wir gleich mal noch einen für alle Fälle dann zack brauchen wir das so was noch eine Schere noch eine Schere fehlt uns ach man stimmt das waren zwei Eisen so machen wir gut weiter jetzt muss aber hier komm na das wollte ich aber meinen so das nächste wir brauchen einen noch einen Pflanzer noch einen Pflanzer machen wir erstmal das das weiß ich dass ich da noch nicht viel habe da machen wir gleich mal ein Stack damit ich nicht nachher noch welche machen muss so noch einen Pflanzer und Blumentopf ich würde sagen da machen wir auch gleich mal ein Stack weg ok ok 146 Stück ok reicht eigentlich auch erstmal so dann hier weiter haben wir weiter was brauchen wir noch das da haben wir dann weiter noch eine Düngemaschine Düngemaschine da fehlt uns der Maschinenrahmen glaube ich Düngemaschine also äh ja da gut ähm das da da machen wir auch mal ein Stack damit wir wieder genügend haben damit wir wieder genügend haben dann hier so zack dann jetzt soll das aber gehen und wir brauchen diesen Orb der ist bei ähm Theo meine ich und dann haben wir das halt Theo äh nö ist nicht bei Theo äh nicht im Ernst oder äh das finde ich jetzt aber nicht witzig das finde ich jetzt nicht witzig wo ist das Teil hin ich weiß dass ich sowas habe das weiß ich ganz genau ok ähm was brauchen wir dafür 1 Mark 1 Mark was ernsthaft nein das kann nicht sein äh ich weiß dass ich so ein Teil habe das weiß ich ach da ist es genau und dann brauchen wir noch so ein ähm ihr bleibt doch mal stehen da hauen die alles ab hier und fressen hier alles ah du hast Redstone gefunden das finde ich gut ähm ähm also ich hätte schwören können dass ich so ein Teil noch habe ähm das gibt's nicht das gibt's nicht das gibt's nicht jetzt soll's da jetzt ähm ich will das Teil aber nicht da rausholen weil da habe ich schon so viel Blut da reingeballert das wäre ich das wäre jetzt echt übel wenn ich da wieder von vorne beginnen müsste Moment 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 schauen wir da mal das ganze mal sortieren äh nein da haben wir nicht sowas ach ha ja jetzt haben wir es ich wusste doch dass wir noch sowas haben so der war unten und der in der Mitte und dann haben wir nichts warte mal was umgekehrt ach ich dachte schon gut das haben wir davon haben wir ja zwei so was brauchen wir noch ähm ein Ersigil ok schauen wir mal ähm das da da brauchen wir Fehler in Gas drin ok das sollten wir eigentlich alles haben was fehlt da schon wieder so ein Teil ok zack wir haben's wir haben's wow so äh und welchen nehme ich jetzt ich hoffe das ist ein Flugtrank Nein Regeneration war ja klar so halt das Herz prüfen äh fullhart ok nehmen wir dann schauen wir mal hier rein was das ist Hotspeed Setzling ok ich würde sagen den pflanzen wir auch hin und da nehmen wir auch gleich Born Meal mit äh zwei Stück nehme ich mit auf jeden Fall dass es auch nur so ein Busch ist oder so aber ich nehme an das ist diesmal ein Baum so da haben wir Born Meal äh ja genau 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 das kommt so dann setzen wir den hin wie viel Zeit haben wir denn noch ich will mal gerade schauen wir haben noch ach den Setz den kriegen wir noch gesetzt das steht fest aber dann müssen wir leider Schluss machen wie gesagt heute eine 30 minütige Folge ähm die will ich jetzt ehrlich gesagt nicht teilen schon wieder weil ich es schon wieder verpasst habe ich Depp und an diejenigen die sich die Folge nicht im vollen gleich anschauen können sorry wirklich sorry tut mir leid ich werde mir ich werde mir Mühe geben damit das nicht wieder vorkommt so und aus irgendeinem Grund wächst der nicht ist der zu nah dran vielleicht setzen wir den mal hier rüber so okay ähm das klären wir in der nächsten Folge wie wir den zu wachsen kriegen vielleicht braucht man ja wieder Seelensand oder sowas müssen wir ja rausfinden ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss